Die Okinawas in Japan sind die mitunter am ältesten werdenden Menschen auf diesem Planeten und woran liegt es? Das gucken wir uns heute in diesem Video an. Ganz wichtig ist, dass man versteht, dass es hier wirklich darum geht, dass um die traditionelle Okinawa-Diet und nicht um die moderne Okinawa-Diet. Okinawa, die wurden ja auch amerikanisiert. Das ist ganz wichtig zu verstehen und deswegen, wenn man sich jetzt aktuell die Datenlage anguckt, was sie essen, dann erfährt man natürlich was ganz ganz anderes. Das ist genau das gleiche in Japan, wenn du dir anguckst, ja wie viel Reis essen die denn wirklich, findet man dann heraus, oh ja die essen ja gar nicht so viel Reis. Das liegt einfach daran, dass man sich die Ernährung jetzt anguckt nach der Amerikanisierung und was ich euch da auch absolut empfehlen kann, ist mein Video über China, was ich gemacht habe. Sehr interessantes Video, wie China kaputt gemacht wurde durch die Amerikanisierung, weil dort Tierprodukte eingeführt wurden und dann haben die sich viel von Tierprodukten ernährt. Die Regierung hat das Volk dazu aufgerufen, weniger Fleisch zu essen, weil die Diabeteszahlen von 1 auf 12 Prozent, also Verzwölffachung der Diabeteszahlen und jeder zweite ist Prädiabetiker. Ja, guckt euch das Video auf jeden Fall an, werde ich euch natürlich unten verlinken. Heute soll es aber über die traditionelle Okinawa Ernährung gehen und zwar in Deutschland ist das ja so, dass die Männer ein Durchschnittsalter haben von 70, die Frauen von 77. In Okinawa ist das so, das Durchschnittsalter bei den Männern ist 77 und bei den Frauen 86. Ja, so die sind mitunter die ältesten Menschen, die es gibt und leben in den Blue Zones und es wird halt davon erzählt, dass wenn man sich dann die Datenlage anguckt, sagt man okay, sie haben gar nicht so viele pflanzliche Produkte gegessen, weil jeder weiß, ja in den Blue Zones werden die Menschen so alt, weil sie mehr pflanzliches essen und alles andere würde ja überhaupt keinen Sinn ergeben. Deswegen ist das natürlich so, je älter die Menschen werden, umso mehr pflanzliche Produkte essen sie. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, ja wenn man hingeht und sagt, okay wer wurde die älteste Person überhaupt, findet man raus, das war eine Raucherin, okay zum Beispiel. Deswegen sind natürlich so anekdotenhafte Aussagen, bringen einen nicht weiter, aber wenn man sich solche ganzen Völker anguckt, wie die Okinawas, wie haben die sich ernährt und warum sind die damals so alt geworden, dann findet man doch sehr, sehr interessante Sachen raus. Okay aber erstmal, es wird erzählt, dass sie doch viel Fisch und viel Fleisch essen und das ist natürlich falsch, ja weil sich die Leute halt nicht die Ursprungsdaten angucken, die man sich angucken kann in den Archiven des US-Militärs, weil die nach dem zweiten Weltkrieg Okinawa besetzt haben, das geführt haben. Deswegen kann man ganz genau herausfinden, was die dort gegessen haben, nach dem zweiten Weltkrieg und das war ja vor der Zeit, wo da diese ganzen Tierprodukte reingekommen sind und sie sich da wirklich, ja von Tierprodukten ernährt haben. Das fand ja irgendwann so 1980 statt, würde ich jetzt mal sagen, die Amerikanisierung und von daher gucken wir uns einfach mal an, was sie wirklich gegessen haben und zwar sieht das so aus, sie haben eine Ernährung gegessen, hier hat der Dr. Greger eine super geniale, ich könnte euch auch die Studie zeigen, aber ich dachte mir, okay diese Grafik ist einfach so genial gemacht und hier sieht man einfach, sie haben sich von mehr als 96% pflanzlichen Produkten ernährt, okay, mehr als 96% und deswegen weiß man, versteht man dann auch, warum die so alt wurden natürlich, je mehr Pflanzen du isst, je mehr du dich ernährst, wie es deiner Physiologie entspricht, du bist ein Pflanzenfresser, je mehr Pflanzen du frisst, desto älter wirst du natürlich und desto gesünder wirst du natürlich auch und das weiß eigentlich auch jeder Mensch, nur die allermeisten Menschen wollen das einfach nicht zugeben, weil die ihre Tierprodukte essen müssen, weil die gesellschaftlich daran gebunden sind, weil die gut dastehen wollen vor anderen, weil die kantig aussehen wollen, bla bla bla, diese ganzen sozialen Bindungen. Hier sieht man dann auch actually, was die wirklich gegessen haben und hier siehst du natürlich, die haben weniger als 4% Tierprodukte gegessen, also Fish, Meat, Eggs & Dairy und das ist so völlig unerheblicher Teil natürlich, die werden, würden natürlich noch gesünder sein, wenn die komplett aufhören würden Tierprodukte zu essen, nur sie wissen es natürlich nicht, deswegen essen sie Tierprodukte und was auch noch sehr, sehr interessant ist, ist hier, dass sie von den 96 oder von ihrer ganzen Ernährung haben die 69% Süßkartoffeln gegessen und warum ist es so interessant, dass sie ganz genau Süßkartoffeln gegessen haben? Das super Interessante daran ist einfach, dass Süßkartoffeln erstens, ich glaube, der allergrößte Lieferant von Beta-Carotin überhaupt sind, ja, also wir haben ja mehr Beta-Carotin als Karotten, ich glaube, die sind Nummer 1 weltweit und Süßkartoffeln sind extrem, extrem gesund und wenn wir uns jetzt mal die Fetscam-Tabelle angucken von mir, finden wir auch was ganz Interessantes raus und zwar hier Süßkartoffeln, ja, ich habe euch das schon mal irgendwann im Video gefragt, von den ganzen Sachen, die ich hier aufgeschrieben habe, was hat den niedrigsten Fettgehalt von allen Produkten überhaupt, was hat den allerniedrigsten Fettgehalt und das ist ganz genau eine Sache, ja, je weniger Fett du isst, meiner Meinung nach umso besser, ja, weil Herbivore Ernährung ist das Grüne, ja, und das Grüne ist Low-Fat und deswegen sollte man Low-Fat essen, ja, auf jeden Fall niedrig, niedrig in Fett und was hat den allerniedrigsten Fettgehalt überhaupt, ja, Süßkartoffeln und ganz genau Süßkartoffeln haben die gegessen, was für ein seltsamer Zufall, oder? Ist höchstwahrscheinlich tatsächlich einfach nur Zufall, aber ist ein ganz lustiger Zufall, wie ich finde, ja, Orangensaft hat 8%, ja, weil bei Orangensaft-Herstellungen wird ja die Schale ausgedrückt als der Orangenöl, deswegen hat das so einen hohen Ölgehalt, Fettgehalt und Süßkartoffeln 1%, ja, das muss man sich ja mal reinstellen, die haben weniger, Süßkartoffeln haben weniger Fett als ein Apfel oder als Apfelsaft, ja, ein Apfel hat 3%, Apfelsaft hat 1,6% und Süßkartoffeln haben 1,0%, der absolute Wahnsinn, ganz genau das haben die gegessen, ja, so sehr, sehr interessant, dass sie so ein extremes Low-Fat, High-Carb, pflanzliches Nahrungsmittel, als Staple-Food, als Basis gegessen haben und, ja, mitunter die ältesten Menschen überhaupt wurden, ja, mega, mega interessant und das Wichtige ist einfach, dass das leider vorbei ist, diese Zeit und diese Phase, weil die, wie ich am Anfang erzählt habe, tatsächlich amerikanisiert wurden und aktuell ist es nämlich so, dass die KFC zum Beispiel haben auf den Inseln, ja, die haben KFC und die haben mittlerweile laut, laut den statistischen Auswertungen haben die, sind die fetter als der Durchschnittsjapaner, ja, also kannst du eigentlich so gesagt schon abschreiben, die Okinawas, da ist es, da geht es einfach nur bergab, so ist es eigentlich in den meisten Stellen auf der Welt, ich halte mal kurz zurück, ne, sobald, äh, die Tierprodukte in das Land reinkommen und die Leute, äh, laufen herum und da sind überall Tierprodukte, hey, kauf doch hier super Werbung und so, oh, und das blinkt und leuchtet und, oh, das ist modern und so, so isst man heute und dann kommt Werbung im Fernsehen und so, jetzt auch KFC, jetzt auch bei euch und so, ne, diese ganzen Sachen und, äh, dann geht man da hin und isst dort und dann so fängt das, äh, Volk an unterzugehen, ne, genau wie in China, guckt mein großes China-Video, Leute, und, ja, es ist so wie immer, Leute, wenn man sich fragt, warum leben die Menschen so lange in Okinawa, in Japan, was war die Standardernährung in Japan, warum, ähm, war es schon immer so vor der Amerikanisierung, dass die Menschen, die in Japan die allergesündesten waren und am allerlängsten gelebt haben, das lag am weißen Reis, ja, weißer Reis, weil die hatten, äh, eine beträchtliche Menge, soweit ich mich erinnern kann, war es irgendwas auch um 80% ihrer Ernährung bestand aus weißem Reis, ja, und weißen Reis ist sehr low in Fett, okay, und deswegen, die hatten sehr wenig Tierprodukte in der Ernährung, sehr, sehr wenig und, äh, deswegen waren die alle so gesund und schlank vor allem, ja, die waren ja alle rank und schlank, alle anderen Menschen der Welt waren fett, die waren rank und schlank, weil die sich von weißem Reis ernährt haben, hauptsächlich, ja, da wurde dann mit den Stäbchen immer, ja, mache ich auch manchmal, äh, habe ich letztens im Restaurant, habe ich weißen Reis mit einem Stäbchen gegessen, das ist ganz lustig, muss man ein bisschen, äh, rumpiddeln da, am Anfang, ne, ist nicht so einfach, aber dann hat man es raus, man muss sie in so ein bisschen, so einem Abstand halten, dann geht das viel besser, und auf jeden Fall, ja, es ist natürlich ganz klar, ich weiß nicht, ob ich noch ein Video über Blue Zones machen soll, über andere langlebige Völker, aber das ist, äh, das ist immer dasselbe, es ist ganz klar, das weiß auch jeder, jeder weiß, warum Menschen so lange leben, warum ganze Völker so lange leben können, ähm, weil die mehr Pflanzen essen, ganz klar, wie soll es auch anders sein, ja, je weniger Tierprodukte die essen, guck dir die Leute, die am allerschnellsten sterben, das sind die Leute, die in irgendwelchen Fastfood-Ketten hängen, Restaurants hängen, Tierprodukte essen, und ja, ne, ist alles ganz, ganz logisch und ganz, ganz einfach. Von daher Leute, das war mein Okinawa-Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, guckt euch noch ein weiteres Video an. Peace.